so hallo und herzlich willkommen heute neues video zu counter strike und zwar geht es um die star letter major in berlin 2009 10 was jetzt ja demnächst beginnt hier ist jetzt die informationsseite dazu sticker geld und alles geht 50 prozent an die spieler und organisationen was ja schon mal eine faire geschichte ist für was für vier pass du getter berlin 2009 event coin new challenge to complete inclusive missions and pick and challenge unlimited team graffiti steam tv flair exclusive access to berlin 2009 souvenir packages heißt wenn ihr euch den vier pass kauft könnt ihr euch eine von den vier medaillen er spielen das heißt durch irgendwelche missionen die ihr machen müsst zum beispiel gewinne fünf runden auf matchmaking inferno zum bleistift oder habe eben richtige tipps auf die für die pick and challenge dann könnt ihr euch quasi souvenir tokens erspielen mit denen ihr euch dann ein wunsch souvenir paket raussuchen könnt also können dann von jeder map die gespielt wurde also von jeder art souvenir pack mit diesem souvenir token ein souvenir päckchen holen was ein bisschen komisch finde persönlich wenn ich mir überlege wenn jetzt zum beispiel cobblestone oder inferno gespielt wird oder das 2 wer nimmt sich dann mit diesem souvenir token bitten dass zwei package und nicht das cobblestone package also da habe ich mal gespannt wie sich das entwickelt früher war es ja dann auch so quasi cobblestone overpass nuke waren ja natürlich alle deutlich teurer als jetzt zum beispiel dass zwei oder was gibt es noch eben einfachere boxen wo einfach die skins auch nicht so der hammer waren und auch nicht so wertvoll dementsprechend war natürlich die rarität der souvenir shops entsprechend und eben auch die preisverteilung anders jetzt hier bin ich mal gespannt letztes jahr wo der cobblestone gar nicht gespielt oder beim letzten major wo eben dieses system schon angewandt worden ist somit und die waren eben alle preislich relativ ähnlich weil natürlich mit diesem kein nicht man nicht auf das glück angewiesen ist durch zuschauen sondern eben sich jeden gewünschte souvenir päckchen raussuchen kann von dem habe ich mal gespannt wie das ganze läuft grundlegend könnt ihr euch den türpass hier kaufen den gibt es für 8 75 was ja auch krass ist also jeder muss jetzt quasi 8 75 bezahlen um die chance auf souvenir päckchen zu haben und in den vorigen majors also das letzte war auch schon mit diesem system aber die der vorigen war es ja immer so dass man quasi kostenlos bei twitch tv oder steam tv oder go tv quasi zuschauen konnte eine chance auf die souvenir päckchen hatte und somit echt auch richtig cash plus machen könnte wenn man damals zwei drei cobblestone päckchen bekommen hat hat man halt locker mal 60 bis 100 euro plus gemacht was man jetzt 8 75 bezahlen muss plus die souvenir päckchen die dann ja auch im endeffekt weniger wert sein werden weil man ja jedes jeder nimmt sich ja dann natürlich die teuren oder man nimmt es 16 euro paket da kriegt man quasi den souvenir päckchen plus drei garantierte souvenir päckchen und kann dann noch eine pick-em challenge mitmachen man hat auch noch man kann sich hier dann quasi nachher wenn man das das in den vier pass hat kann man sich ein team raussuchen und über der zeit von dem major hat man quasi mit diesem einem team graffiti unbegrenzt sprühe und hat danach ist es aufgebraucht aber während des majors kann man halt das eben unbegrenzt nutzen was eine ganz nette spielerei ist aber ihr könnt immer gerne in kommentare schreiben was ihr von den preisen haltet als einfach zum zuschauen und die chance auf souvenir päckchen zu erhalten muss man 8 75 bezahlen wenn man drei garantierte hat 16 euro das sind acht unterschied geteilt durch drei ja also 22 40 was wahrscheinlich so der schnitt von einem von einem souvenir päckchen nachher haben wird oder wie auch immer bin ich mal gespannt wie sich das auf jeden fall nach dem ganzen entwickelt des weiteren gibt es natürlich wieder die aufkleber holofoil die normalen autogramm kapseln und da gibt es glaube ich jetzt auch noch die die goldenen und pipapo schreibt auf jeden fall meine kommentare was sie von dem system haltet und was sie generell zu den aufklebern sagt und ob welche souvenir päckchen euch dann holt oder was ihr davon haltet hier geht's bis diamant coin wenn man alles richtig hat und alle missions erledigt hat kriegt man in diamant coin bin mal gespannt auf welchen können ich schaffen werde was gibt es noch zu sagen wenn die fragen generell dazu noch habt schreibt natürlich in die kommentare und ich freue mich aufs major wird es auf jeden fall wieder verfolgen bin gespannt werden wir auch wahrscheinlich also auf jeden fall den 4 pass holen welchen weiß ich noch nicht schreibt man die kommentare aber welchen ihr euch holt also den für 16 oder 8 75 und dann sage ich vielen dank fürs einschalten können natürlich auch gerne eure favoriten team in die kommentare schreiben gebt gerne daumen hoch lasst ein abo da und dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao